na du high five freak worauf stehst du ich meine wir leben alle irgendwo so ein bisschen in unserer box ich weiß nicht was auf deiner box drauf steht vielleicht steht da drauf dsp digitalo freak oder platten aufleger oder vielleicht sogar röhren heini was auch immer wir leben alle irgendwo so ein stück weit in unserer eigenen box und genau das wollte ich heute mal durchkommen bleibt dran ja und damit hallo moin moin servus grüß gott wo auch immer herkommt in franks werkstatt der lautsprechertechnik habe ich gerade eben zum vorspann hier ein karton auf gehabt und ich denke den hat jeder auf jeder hi-fi ist so würde ich uns alle mal bezeichnen hi-fi ist ja lebt so ein bisschen in seiner eigenen box bei manchen ist der box ein bisschen größer beim anderen ein bisschen kleiner aber wir haben alle irgendwo unsere vorlieben unsere richtung das was wir gerne machen und was wir dann auch weiter verfolgen ja und so gesehen haben wir alle so einen karton auf und sind alle in irgendeiner art und weise ein hi-fi typ und genau das möchte ich heute mal so ein bisschen besprechen das video war von langer hand geplant eigentlich von mir ich habe bisher aber noch nicht die muße gehabt und die zeit mich da sozusagen das zu drehen im grunde es gab auch genug anderes zu tun die aktuellen projekte sind zurzeit allerdings so ein bisschen on hold sage ich mal bei mir tausend andere sachen und jetzt ist glaube ich meine ideale zeit für dieses ja es ist ein laber video was soll ich sagen wenn jemand so eine kiste auf dem kopf hat die kann man ja auch verschiedene arten tragen muss man sagen es gibt leute die haben ja die ziemlich lose drauf ohren sind frei augen sind frei und die gucken trotzdem noch links und rechts was es alles so gibt was man sonst noch machen kann sind daran interessiert und freuen sich darüber und schauen dann auch mal was sache ist dann gibt es leute die haben ihre kiste auf sind so ein bisschen missmutig dabei allerdings links und rechts zu schauen gut aber die ohren sind noch offen und die augen sind noch frei und alles gut ganz schlimm sind dann die leute ich sag mal die bei so einem karton hier den ich in der hand habe vielleicht unter umständen dann einfach mal den aufklappen aufsetzen und links und rechts noch ganz fest an die ohren drücken also das sind dann die leute die nach nicht nach links und rechts gucken was es sonst noch schönes gibt die gehen nur ihren eigenen weg diesen einen weg im hi-fi den sie als die offenbarung halten oder für die offenbarung halten und lassen von links und rechts nichts zu wenn es dann ganz schlimm kommt sind die sogar nach links und rechts am feuern und am schimpfen und verteidigen ihren einfachen hi-fi weg bis aufs blut ja und haten muss man sagen dann alles andere was es so gibt ganz ganz schlimmer menschenschlag ganz schlimm wie komme ich darauf ich mache den kanal seit 2019 und ich habe ja so viele kommentare jede woche die zu einem ganz ganz großen prozent teil richtig toll sind richtig richtig gut und selbst wenn jemand mal ein bisschen verbissen in seiner box unterwegs ist dann ist es meist immer noch konstruktiv und vernünftig was derjenige sagt alles schön ganz ganz geringer teil der leute haben tatsächlich hier links und rechts die klappen unten vom karton wollen von links und rechts nichts wissen und sind nur am rumschießen und am rummisten ganz schlimm solche typen gibt es mit dem grund warum ich dieses video machen will weil ich denke mal wir können uns alle mal wieder ein bisschen mehr mehr toleranz angewöhnen hi-fi ist nicht das wichtigste thema im leben denke ich mal und ja mal links und rechts gucken das soll ja angeblich dann auch den horizont so ein bisschen erweitern fällt mir das schöne zitat ein von einstein ich blende es euch hier ein mit dem standpunkt und dem horizont das finde ich immer super und es passt doch auf eine geringe anzahl von menschen extremen muss ich sagen okay also lasst uns mal loslegen das ganze möchte ich jetzt festmachen an hi-fi typen hi-fi typen ich denke mal wir sind irgendwo ja zwischen zwei extremen da finden wir uns auch wieder mit unserer box die wir selber auf dem kopf haben also unseren weg den wir da einschlagen im bereich hi-fi und ja diese beiden typen möchte ich einfach mal so wie ich es denke euch mal erzählen was die wohl so treiben und machen und wie die ticken und vielleicht werde ich mich am ende auch mal versuchen dort einzuordnen da könnt ihr mir ja hinterher dann in die kommentare schreiben ob ihr mich auch so seht weil man selber kann sich schlecht einschätzen das wisst ihr auch okay ja dann würde ich sagen let's fett ja an welchen gruppen will ich das jetzt festmachen ich habe jetzt mal auf der einen seite gestellt die der echten musik genießer absolute musik genießer ja für die ist musik wie soll ich sagen das leben ja für die anderen auch aber ich komme da gleich noch drauf im einzelnen das ist also auf der einen seite der echte musik genießer und auf der anderen seite da habe ich mal so ein bisschen mir aufgeschrieben den technik verliebten nerd ja technik verliebter nerd das trifft es glaube ich ganz gut als anderes extrem also egal was ich jetzt erzähle es gibt sicher mischform man kann sich auch irgendwo dazwischen einordnen und so weiter und so fort ich wollte es wirklich nur als ja zwei extreme mal so ein bisschen darstellen und fangen wir mal an mit dem musik genießer was ist der musik genießer der hat grundsätzlich und wie gesagt nimmt das nicht ganz so für wahre münze oder wie gesagt es gibt auch mischformen und abgeschwächte form so will ich mal sagen aber der musik genießer hat erstmal keine ahnung von technik ja überhaupt nicht was er aber liebt ist das spiel und den umgang mit den geräten würde ich mal sagen bei den musik genießer da sind ganz viele leute die noch platte hören weil ja schallplattenspieler den muss man halt bedienen haptisch ja man muss die platte aus dem cover ziehen säubern auflegen und so weiter und so fort dann nadel langsam absenken dann setzt man sich in den ledersessel und genießt die musik die da von der platte kommt mit einem knistern knacken und ja rauschen natürlich wie es bei der platte so ist immer noch und ja das wird dann in dem sinne genossen und es wird wirklich zelebriert das ist ein schönes wort beim musik genießer dazu noch ein schöner wein oder wie die mir das immer macht in hamburg whisky dazu und dann ist die welt in ordnung und da kann man eintauchen tief eintauchen in die musik denke ich mal das passt klang ist für so musik genießer wichtig ganz klar klang sollte für uns alle wichtig sein aber ja was ist guter klang da geht es ja schon wieder auseinander und ich denke mal für musik genießer muss es einfach nur warm klingen es soll nicht nerven es soll einfach schön sein sage ich jetzt mal es sollen positive schwingungen bei einem erzeugt werden musik genießer der hat nahezu wenn er seine lieblingsmusik hört schlagartig eine gänsehaut sitzt da fröstelt sich und freut sich über die tolle musik so würde ich mal musik genießer einordnen was habe ich mir noch ja klar tourmann geräte alte die werden behalten die werden auch weiter benutzt die werden hingestellt die laufen röhrengeräte kleine verstärkerchen mit röhre mit dem gitter drüber es glimmt im dunkeln ach dann sieht der whisky vor so einer röhre doch viel schöner aus mit dem orangen glimmen ich habe mir noch aufgeschrieben musik genießer sind auch oft leute die wissen ziemlich genau eigentlich wie in wirklichkeit denke ich mal ein instrument klingt weil die gehen auch mal in konzerte auch kleinere konzerte und ja versuchen sozusagen musik in ihrem ganzen leben mitzubekommen und zu hören und sind dementsprechend dann auch unterwegs wenn irgendwo ein konzert ist oder sowas deshalb würde ich sagen ganz speziell diese gruppe hat dann auch tiefes verständnis für klang und klangfarben wobei sie selber wie gesagt da gar nicht so viel wert drauf legen die wollen sich von der musik einlösen lassen und das muss für sie persönlich passen was da aus der anlage rauskommt ja aber auch diese leute haben dann ihre ich sag mal ohrenscheuklappe auf ja der karton der über die ganzen ohren geht und ich denke mal die digitale welt wird von denen verteufelt und ja die sagen natürlich ja nur altes hi fi nur gediegenes hi fi röhre platte trallala hat seele und nur das kommt denen dann ins haus alles andere ist dann steril und unbrauchbar solche sprüche muss man sich für musikgenießern anhören musikgenießer im extremen sage ich mal die wie gesagt die wenigen ja die sozusagen ihre ohren und ihre augen auch vor anderen sachen verschließen und raus pfeffern und raus schimpfen wie sonst was intolerante menschen ganz einfache sache ich hatte eingangs schon erwähnt solche menschen ganz schlimm ja was habe ich sonst die zweite gruppe das andere extremen ich sage wieder extrem das sind die technik verliebten nerds die sagen natürlich immer sofort das bessere ist immer das feind der feind des guten völlig klar und ja sie bringen oftmals gegenüber dem musikliebhaber doch ein tiefes technisches verständnis mit weil sie sich als techniknerd auch dafür interessieren die wissen also genau was bits bytes auflösung bei digitalen sonst was ist die wissen ziemlich genau was der sache ist ja dementsprechend technisch kann man den wenig vormachen wenn es was neues gibt wenn irgendwo eine höhere auflösung auf dem streamer steht aber sonst was wird sofort zugeschlagen wird sofort gekauft das alte landet dann bei ebay wenn ich sogar auf sperrmüll also ja es muss immer das neuste ins haus das ist völlig klar bei so einem techniknerd messwerte sind natürlich das absolut wichtigste wenn ein frequenzgang noch ein stück höher geht es ist natürlich noch besser lineal gerade sauber und schön das ist ein techniknerd denke ich mal und ja die geräte die soll natürlich abliefern linear und sauber die digital technik wird da also tatsächlich ganz hochgeschrieben man wird bei einem techniknerd kaum noch einen plattenspieler finden oder ein turmband gerät das sind relikte aus alter zeit für so ein techniknerd ja ganz klar ja was findet man noch oft bei denen habe ich mir aufgeschrieben vielleicht klasse dms wenn sie gut laufen zumindest im bassbereich subwoofer und sonstwas da muss klasse dm per es sind dsps verteilt es werden laufzeiten angepasst zwischen den lautsprechern damit das alles sozusagen bis auf die tüpfelchen perfekt passt und damit die gesamte kette sie arbeitet arbeitet wie das berühmte stück draht gefahr für die ist natürlich dass sie sich nicht einfach fallen lassen können in die musik ich denke mal so ein richtiger techniknerd bekommt deutlich weniger mal eine gänsehaut als musikliebhaber und ja die laufen eigentlich ein ideal hinterher was es nicht gibt muss man auch sagen sie wollen immer nur veränderungen ihrer anlage hören aber hören gar nicht auf die eigentliche musik die da läuft von daher bisschen schwierig manchmal aber auch legitim da sind wir wieder bei der geschichte jeder lebt in seiner box und wenn ich es denn toll finde genau der sache hinterher zu laufen ist es auch in ordnung ich meine das ist nicht als kritik ich meine es jetzt nur mal als charakterisierung natürlich und ich denke mal bei diesen kollegen sogar noch extremer sind da wieder scheuklappen im spiel diese ohren scheuklappe links und rechts nicht gucken nicht hören was es gibt aber los wettern und die typischen sprüche ja die man dann im grunde hört sind im grunde ja wie soll ich sagen das rumschimpfen auf das alte zeug wie schlecht es denn wäre das digital und dsp und sonst was viel besser ist viel schöner und ja sie erlauben den musikliebehabern nicht dass sie ihre alten ketten weiterhören quasi sondern verteufeln das auch und sagen du bist sowas von out du bist sowas von raus vergiss es ist wieder nicht ganz in ordnung da haben wir wieder diese intoleranten extremisten die da manchmal unterwegs sind genauso schlimm wie auf der anderen seite wenn jemand als alles digitale verteufelt denke ich dieser geringe prozentsatz an menschen die einfach andere sachen anderer meinung und andere richtung die andere haben einfach nicht tolerieren können schlimm ja das habe ich mir mal so aufgeschrieben hier des weiteren vielleicht noch als eigenschaft das ein ich sage mal ja technik nerd alles eigentlich ablehnt was zusätzlich arbeit macht der würde gar nicht auf den gedanken kommen seine platten zu waschen oder mal einen plattenspieler einzurichten genau ja andruck winkel und so weiter von der nadel nee das ist alles doof und arbeit und blöd das ist am liebsten nur einfach vom smartphone und steuert seine anlage damit rune ready der digitalo ist rune ready ja das habe ich mir mal so aufgeschrieben wenn ich mal so an meine kommentare denke die ich bekomme und da komme ich jetzt mal ein bisschen zu mir ich versuche den kanal einigermaßen bereit aufzubauen hier ich habe schon teure und günstige projekte gehabt ich habe schon mit digital technik gearbeitet ja die krito ist das beste beispiel in voll digitaler lautsprecher mit dsp und auch je nach setup hoher flanken steilheit und so weiter alles dabei ich habe aber auch schon wunderbaren analogen verstärker hier der noch ordentlich das wird den raum heizt getestet ich habe ja selber im grunde auch lautsprecher gebaut die passiv sind ich bin gerade wieder dabei und wenn ich jetzt mal so an die kommentare denke die da kommen ja dann kommen die immer genau aus diesen lagern ich finde es faszinierend wenn ich eine passiv box baue ja passiv box jetzt gerade aktuell hier mit diesen laufzeit geschichten bei einer zeit richtigen box kommt sofort diggers hätte ja mit dem dsp viel einfacher gehabt ja als wenn ich das nicht wüsste spar doch den kommentar es ist doch völlig klar dass es dsp viel einfacher geht ich möchte es aber passiv aufbauen warum will ich das zum beispiel passiv aufbauen weil ich genau weiß dass genug leute noch alte geräte und verstärker da haben und die wollen keine digital box sich hinstellen vielleicht mache ich es auch ein bisschen für musikliebhaber ja die im grunde dsp verteufeln und so musik hören wollen vernünftig könnte ja sein oder dass ich mal an die denke auf der anderen seite ich mache die grito voll digitale kasper bude sage ich jetzt mal mit dsp und tralala und class d endstufen was kommt hey frank willst du das nicht auch mal vielleicht als analoge also als passive version aufbauen das ding dann hätte ich interesse dran ja ich kann es halt nicht jedem recht machen aber es ist in ordnung wenn man mit euch in diskussionen kommt wenn man es erklären kann ärgerlich ist es dann immer nur wenn einer das was man gerade selber tut komplett verteufelt und sagt das ist scheiße das ist mist machst so und so sonst bist du eh doof junge 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 ich denke mal ich habe eine recht breite toleranz schwelle ja oder weite toleranz schwelle so schnell dass ich mich da nicht aus der ruhe bringen gerade weil ich das auch schon lange mache an den stellen gibt es bei mir dann immer so ein bisschen und dann schieße ich auch mal zurück das passiert schießt zurück und es gibt ein spruch zurück der dann auch vielleicht mal ein bisschen grober ausfällt von meiner seite aus ist eine sache arbeite ich weiterhin dran wird immer weniger dass ich da auch mal überschwinger habe und ich habe mir auch gedacht ich werde in zukunft einfach wortlos diese kollegen rauslöschen und so dass sie auch nicht mehr kommentieren können weil ich habe da keinen bock mehr drauf ja wenn jemand in seiner kiste lebt und die klappen runter hat das ist es dann kann ich dem eh nicht helfen und dann kann ich noch gleich löschen dann kann ich mit so einer pfeife nichts anfangen muss ich einfach mal so offen sagen okay es ist mein youtube kanal ist quasi mein haus und ich entscheide wer in diesem haus lebt und wer nicht schöner spruch der ist sogar von michael truppe glaube ich danke micha ja okay was habe ich mir sonst noch aufgeschrieben das habe ich hier gerade schon erzählt im grunde ja ich würde sagen dann bin ich eigentlich schon fast durch ich würde vielleicht ganz gern noch dazu erzählen wo ich mich ein ordner jetzt dazwischen wo habe ich denn meine kiste auf nun denn erstmal würde ich sagen meine kiste ist doch recht breit also mein kopf hat da schon zu allen richtungen viel platz und keinesfalls sind bei mir würde ich sagen die scheuklappen unten ich schaue ganz gerne in alle richtungen ich mag es auch wenn ich bei jemandem bin der einen plattenspieler hat dazu zu schauen wie das zelebriert wird wie die platte aufgelegt wird würde ich damit noch musik hören nein ich selber habe meinen plattenspieler eingemottet ist in günstiger dual meine platten sind auch eingemottet von daher ich höre kein phono mehr weil ich denke da hört es dann klanglich für mich auf ich mag es nicht wenn ich auf rumpeln achten muss ich mag es nicht wenn es knirscht knackt und ja laufgeräusche da sind sage ich jetzt mal stehe ich einfach nicht drauf kanaltrennung mies und so weiter und so fort ich denke mal die moderne technik hat uns da im klangbereich deutlich weitergebracht und ich bin da wirklich kein freund mehr von in irgendeiner art und weise hier einen plattenspieler zu benutzen nein da hört es bei mir auf das fällt aus meiner kiste raus trotzdem schaue ich da gerne hin und erfreue mich dran toleranz toleranz ist das thema dabei die leute die die scheuklappen unterhaben müssen einfach lernen andere sachen zu tolerieren und vielleicht auch mit freude daran zu haben ich freue mich wenn sich ein kumpel mit dem plattenspieler freut wie das alles dreht und macht und tut und ich sitze da dann auch gerne mit wein oder mit whisky in der hand und hör zu ich mag das ich finde das schön nur für mich ist es nichts in meiner box hat es keinen platz aber ich kann es doch tolerieren wenn jemand anders in seiner box nur plattenspieler hat und nur platten das ist doch völlig in ordnung auf der anderen seite die digital freaks ja also ich bin ja nun stark technisch sage ich mal ausgebildet und dementsprechend würde ich mich von meinem grundsätzlichen standpunkt dann auch schon eher in die digital ebene bewegen ganz klar ich habe streamer ausprobiert hier ich finde es toll was da rauskommt ich mag es auch wenn es von vorn bis hinten durchgeht wie durch das berühmte stück draht und wenn ich das was auf der platte drauf ist ohne oder auf der auf der auf der quelle drauf ist muss ich sagen ja nicht groß noch beeinflusst wird ich finde es toll und wenn ich dann im grunde sehe wie ja ein stück aus dem streamer und wim pro plus irgendwelche hintergrundgeräusche da sind die ich auf einer platte zum beispiel gar nicht höre dann weiß ich dass ich mich da irgendwo richtig entschieden habe ich habe vorhin gesagt so ein richtiger digitalo bekommt aber auch seltene gänsehaut da läuft immer nur der nächsten änderung hinterher ja der möchte immer nur veränderungen hören aber hört die musik nicht ja ich denke mal so ist es tatsächlich teilweise wie geht es mir da auch da kann ich vielleicht noch kurz darauf eingehen wenn ich hier was teste machen tue wenn ich etwas stehen habe und versuche dann geht es mir genauso dann versuche ich die veränderung zu hören änderungen zu hören und so weiter und so fort das ist da wo ich dann hinterher renne und versuche es dann im grunde für mich einzuordnen trotzdem und ich muss sagen gott sei dank obwohl ich eigentlich ein technik verliebter mensch bin gott sei dank ist es so bei mir dass es mich dann aber manchmal packt dass ich meine gänsehaut kriege dass ich eigentlich vergesse ob der bläser hinten links noch zu hören ist oder nicht sondern dass ich dann die musik genießen kann da sind wir wieder bei dem anderen extrem von daher bin ich damit ganz glücklich und ich muss auch ehrlich sagen wer wirklich musik liebt wer gerne musik hört der muss dafür keine fette anlage haben der muss dafür nicht den unendlich geilen klang haben ich habe schon hier und da mal erwähnt ich persönlich bekomme sogar eine gänsehaut wenn ich ich sag mal in der küche stehe ja paprika schneider für den salat meine frau schild schon irgendwie kartoffeln da neben mir und plötzlich kommt aus dem küchenradio ein lied was ich schön finde was ich geil finde was ich liebe dann kommen mit einem frequenzumfang von 120 bis 8 kilo herz kommt ein lied aus dem küchenradio ja völlig verzerrt absolut abartig und ich habe pilz bis zum abwinken weil ich das stück schön finde weil ich die musik schön finde weil ich die gruppe schön finde als einfach passt in dem moment das ist für mich musik und musik genießen die besser es geht und daran arbeiten wir alle desto schöner kann sein ganz klar aber wie gesagt mich packt es auch obwohl eigentlich die sage ich mal anlage drumherum deutlich schlechter ist als ich eigentlich gerne haben möchte so das soll das schlusswort gewesen sein mich würde interessieren tatsächlich schätzt ihr mich auch so ein weil man selber kann sich halt schlecht einschätzen man selber soll sich auch nicht einschätzen ich sehe nur wie ich so ticke alles was ich auf dem kanal mache interessiert mich ja selbst auch und da muss man nur mal einmal über die video liste gehen von meinem kanal um zu sehen an welchen ecken und n nicht da überall schon themen hatte vielleicht könnt euch selber mal ein bisschen einordnen überlegt mal welcher box ihr steckt und vor allem falls es der fall ist nicht mal die klappen hoch und schaut mal mit einem lächeln nach links und rechts das kann im leben sowieso weiterhelfen in jeder hinsicht macht's gut